was war denn noch was ich euch zeigen wollte wo ist denn das habe ich auch kohle staub noch nein habe ich nicht dann brauche ich jetzt noch kohle staub das habe ich nicht mehr aufladen könnte ich mal wieder schauen was neuer crap und überraschung was kriegt schon wieder iron dust das ist aber ein toller vorführeffekt immer nur das gleiche viel was anderes habe ich noch crap jetzt regnet es schon wieder da benutzen wir jetzt einen anderen trick einfach pennen gehen hoch und wird es notiert dann wäre das irgendwie gar nicht mehr da ich brauche ein neues bett sehr merkwürdig habe ich wohl gerade dabei wolle hatte ich da hinten wolle 1 2 3 so dann als und gute nacht bis gleich so kurz warten hey voila der regen hat aufgehört so okay das mit dem ging nicht der staub macht's gott ja aktiv die sechs reichen da auch habe ich noch wasser ja sehr schön nimm mal zwei wasser workbench ging das so oder ging das so hydrated water so der sehr wasserintensiv auf jeden fall reichen dafür zwei schon zu zeigen einen moment na ich brauch drei aber das kann ja derweil schon mal wo muss ich es hin tun in den kompressor das muss in den kompressor macht es doch kompressor derweil durch wasser aus meinem brunnen zur letzte moment das kann ich auch unterwegs machen oder und mal gleich nochmal zwei so und so und so dann habe ich insgesamt sechs stück wenn sie alle fertig sind ich brauche aber drei und was was noch mal ich glaube zinn wenn ich es dann jetzt wieder finden würde ja ich brauche zinn zinn habe ich dabei also passt drei stück wie nennt sich das nochmal compressed hydrate coal clump dann so und fuel clumpy fuel clumpy fuel also muss ich das jetzt noch wo ist der next hoch das noch rubber muss jetzt ein extractor tun anscheinend wo ist es denn jetzt ich brauche drei nochmal drei weil ich will jetzt noch was ganz besonderes zeigen wie ging das nochmal wie ging das nochmal ah genau auch ein schaltkreis habe ich sogar noch dann brauche ich ein zinnerz habe ich glowstone dust und wir haben ein jetpack ist aber leer den müssen wir jetzt füllen und den füllen wir am besten mit fuel dazu brauchen wir aber zwei kanister noch ein kanister der ist fertig der muss rein so mit dem kann man da ein bisschen rumjumpen hey das geht ja recht schnell so wie war das so nebendran und jetpack das muss ich mal schauen das schaut ja hässlich aus da drüben das ist ja immer noch offen huch da hat es einen baum weggesprengt ist ja nicht nett so jetzt aber ähm muss ich das irgendwie ausrüsten oder ah ne was so und jetzt ah ich springe irgendwie hier und schwebe ganz kurz kann das sein ouch mh kann ich das hoch springen oder ist das zu hoch ne schade hepp hey kann man zwei hoch springen hepp scheiße so hä ist schon wieder aus ah irgendwie länger gedrückt halten oder doppelt klicken nein komm schon komm schon nein verdammt ok huch das hier Eisen das hier nochmal Eisen das hier nochmal Eisen nein will Eisen will Eisen will Eisen so geht doch hey ha ist das praktisch ok also mit dem Jetpack könnt ihr zwei hoch springen ist jetzt nicht der Wahnsinn aber naja besser ist besser ist gar nicht wei ah ich glaube das ist der Fuel Stunt huch ich lasse jetzt irgendwas kaputt mach so ich hab euch das gezeigt ich hab euch jenes gezeigt ähm das könnte ich mir auch noch antun wie ging das nochmal ich brauch ein brauch ein Tree Tap wie ging das Teil so dann hab ich brauche ich das oder brauche ich jenes egal das finde ich gleich raus ok dann brauche ich noch ein Circuit da hab ich genau einen noch Circuit war es mit dem da ich vermute mal nein doch es war mit dem Canning Machine dann brauche ich ähm die ging aber so Tin Cans Canning Machine hab ich auch noch nicht gemacht ähm pack ich das hin ich mach es mal da hin da können wir jetzt hab ich Essen dabei irgendwo ich brauche Essen hab ich nirgends Essen hab ich oben Essen Essen Special Futter ja äh verdammt ich hab dafür keinen Platz mehr naja ok ich glaub zum zeigen reicht das dafür auch ich glaub Canning da oben rein Futter da rein äh genau falsch rum ahja ok can't food ok ich bin jetzt nicht verletzt ich hab auch na ich hab auch auf peaceful aber das Essen ist jetzt da drin Moment machen wir kurz auf easy und äh ja müssen uns jetzt mal verletzen oder so ähm ähm oh ne ich brauche ne große Höhe ich brauche ne große Höhe ich hab mal was ganz nice ich will mich verletzen so nein scheiße ähm von da geht's gut nein jetzt geht halt hoch es sind doch bloß zwei ich hab doch das Jetpack an oder net server na ok das sollte er reichen so und ok ähm jetzt kein English die can't food hoch can't food open ach so kann ich das öffnen kann ich das jetzt so benutzen ach so funktioniert das mit dem Rechtsklick öffnen und dann kann ich das jetzt so benutzen Brot hätte nochmal zweieinhalb oder so gegeben oder wieder öffnen und benutzen ach so dann ist das ein Brot gibt drei ne zweieinhalb zweieinhalb egal auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall immer eins und aus einem Brot konnte man drei machen ok der große Vorteil ist sowieso nur dass man das dann stacken kann weil das konnte ja im Brot kann man nicht stacken und deswegen äh kann man das alles in die Canning Machine packen und dann hat man eigentlich immer Futter dabei ok dann ähm war's das für erst für das erste Mal äh für dieses Mal ich hoffe es hat euch gefallen äh es sind noch ein paar Sachen übrig die andere Sachen werde ich vermutlich noch zeigen ansonsten auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020